Grüß euch und im Gerechten Innsbruck, wie versprochen, sind wir heute bei einem Lokal-Augestand bei diesem Flohmarkt beim Tivoli, der ja Gott sei Dank aufgrund unseres Videos und dem guten Willen der Politik wieder möglich ist. Jetzt haben wir den Geschäftsführer oder Leiter dieses Flohmarks zufällig getroffen, der sagt uns jetzt auch noch einiges dazu. Bitte, Thomas Lehner. Ich darf mich recht herzlich bedanken an den Gerechten Innsbruck für diesen Aufruf an die Behörden und an die Politik, endlich einmal was zu tun, dass wir wieder öffnen können. Und es ist Gott sei Dank recht erfolgreich geschehen und wir dürfen uns heute freuen, wieder mit vielen Publikum und Ausstellern den Flohmarkt wieder veranstalten zu können. Dankeschön. Genau, wir haben jetzt geschaut, wir haben lustige Leute gesehen, alle sind gut aufgelegt, sie sind froh, dass man endlich wieder einmal da sich im Freien bewegen kann, dass man ein paar Leute trifft, die man vielleicht schon länger nicht mehr gesehen hat. Also wie gesagt, eine super Aktion und ich hoffe, dass die Flohmarkte jetzt ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt, wieder jede Woche stattfinden werden können. Vielen Dank, macht es gut, schön ans Wochenende, Servus Innsbruck, Servus Tirol.